Wer aktuell die Kryptomärkte beobachtet, stellt fest, dass die größten Wachstumsraten von Coins kommen, die überhaupt keine Funktionen haben. Coins wie Bonk oder wie Snack sind Meme-Coins und die ballern gerade regelrecht 100% teilweise am Tag. Wir wollen in diesem Video mal der Frage nachgehen, sind Meme-Coins interessant, sind das Dinge, von denen man profitieren kann oder ist es vielleicht besser, sich daraus zu halten? Das werde ich euch hier detailliert aufschlüsseln und auch einige Memes nennen, die vielleicht ein Investment wert sein könnten. Herzlich willkommen bei Hallo Krypto und heute beschäftigen wir uns mal mit einem Segment, was wir sonst wenig thematisieren. Es sind die Meme-Coins, die aber natürlich immer einen großen Aufmerksamkeitsspot kriegen in Krypto, wenn sie mal laufen. Jeder kennt die Geschichte von Dogecoin oder von Shiba Inu aus dem letzten Bullruns. Jetzt haben wir neue Kandidaten, ihr seht hier zum Beispiel diesen grünen Frosch in der Ecke, kennt viele Pepe oder Snack, die rauchende Schlange. Wir wollen also mal gucken, was ist dran am Hype und natürlich Bonk ist der große Gewinner gerade aktuell, auf den wollen wir auch gucken. Aber es ist auch so, ich gucke da ganz kritisch drauf, weil ihr wisst, wir bei Hallo Krypto wollen immer beide Seiten betrachten und laufen kein Hypes hinterher oder versuchen das zumindest zu vermeiden und euch auch die richtigen Informationen an Herrn zu geben. Insofern ganz, ganz klar, keine Finanzberatung, keiner von diesen vorgestellten Coins, Memes ist in irgendeiner Form für euch eine Kaufempfehlung. Das nochmal ganz deutlich. Ich selber bin auch sehr skeptisch, was das angeht, aber ich lehne es nicht ab, sondern ich denke mir, wir müssen lernen, es zu benutzen, weil es ist ein wichtiges Thema. Und warum reden wir drüber, das sehen wir hier, das ist die Story von Dogecoin. Über die ganze Zeit, seht ihr, hat dieser Meme-Coin, der tatsächlich der berühmteste ist von Elon Musk, gebackte Coin, hat einen Performance hingelegt von absolutem Tief bis absolutem Hoch von sage und schreibe 114.814 Prozent. Das kann man gar nicht mehr in Worte fassen. Ich habe es gerade versucht, ich habe Schwierigkeiten, das auszusprechen, weil es so viele ist. Damit ist er übrigens erfolgreicher gewesen als Bitcoin, aber natürlich wird kaum jemand den wirklich vom absoluten Tief bis zum absoluten Hoch gehalten haben. Aber nichtsdestotrotz, wer irgendwo zwischendrin mal so schlappe 10.000 Prozent mitgenommen hat, ist wahrscheinlich auch immer noch ganz gut weggekommen und kann die Frage wohl Lambo ernsthaft beantworten. Ja, aber das ist etwas, das zieht natürlich viele an, das attractet die Menschen und deshalb sind Meme-Coins natürlich so spannend, weil eben diese Zugkraft, diese Stories so tragend sind. Das Problem ist aber, diese Stories haben psychologisch, sagt man dazu, ein Manko, sie sind nämlich Survivor-Bias geprägt. Das heißt, ihr hört immer nur die Überlebenden, ja, die Kryptofriedhöfe sind aber geflastert von Verlierern, die natürlich nirgendwo in Videos erscheinen oder in Freundeskreise sagen, ey geil, ich habe in Schnuppi-Schnapp-Coin 10.000 Dollar investiert und jetzt sind noch 18 Dollar übrig. Ja, habt ihr schon mal eine Story gehört wie die? Nein, passiert nicht. Ihr hört immer die wie, ich habe 500 Euro reingelegt, ja, jetzt habe ich 250.000 draus gemacht, weil ich wusste, dass Shiba Inu ein großes Ding wird. So, toll. Es gibt diese Stories, ja, aber sie sind natürlich die Ausnahme. Nichtsdestotrotz, man kann mit Memes schönes Geld machen und die Meme-Szene ist sehr lebendig, deshalb werfen wir mal einen Blick drauf, weil da ist natürlich einiges unterwegs. Das ist der aktuelle Stand zum Moment, wo ich dieses Video aufnehme, hier Mitte Dezember 23 und das sind Meme-Coins, die der Market Cap nachgeordnet sind. Ganz oben natürlich Dogecoin, dann Shiba Inu, dann der absolute Aufsteiger, gerade Bonk, ein Meme-Coin auf Solana, relativ neu und Pepe, den dürften viele schon kennen und so weiter. Wir werden jetzt nicht über alle diese Meme-Coins sprechen, sondern nur über ausgewählte Meme-Coins. Eine Sache aber möchte ich euch gleich auf den Weg mitgeben, weil die ist extrem wichtig, auch gerade für die vielleicht noch nicht so oft in Krypto gehandelt haben. Euch ist sicherlich aufgefallen, Meme-Coins haben so ganz kleine Preise, so 0,000021 Euro oder so kostet denn ein Bonk oder ein Pepe oder so. Und das ist so verlockend günstig, weil das kostet ja nichts, ist ja so günstig und viel besser, Bitcoin ist ja so teuer, da muss ich ja so viel ausgeben. Blödsinn natürlich, Preis hat gar nichts zu bedeuten. Oft gibt es von Meme-Coins viele Milliarden, von Bitcoin gibt es halt nur 21 Millionen. Insofern, das ist etwas, wo ihr nicht drauf achten sollt. Es sind vor allen Dingen Market Caps, die entscheidend sind. Deshalb gucken wir hier weniger auf die Preise, es sind eh nur Momentaufnahmen, die ich euch zeige, sondern auf die Market Caps. Und da gibt es ein paar sehr interessante Hinweise, auf die wir schauen wollen. Schauen wir auch zuerst gleich mal auf den Star der aktuellen Zeit, nämlich auf Bonk. Was hat sich dazu getan? Bonk ist auf Coinbase gelistet worden. Hier ist erstmal die Ankündigung, daraufhin ist er schon um 8% gestiegen. Das war natürlich für Meme-Coin noch relativ wenig, aber dann zack kam das Listing und was ist dann passiert? Bonk ist hochgeschossen, ist jetzt in die Top 100 gekommen der Meme-Coins und es ist ein Solana-Coin. Deshalb habe ich euch das hier mal mit eingeblendet. Das macht viel aus, weil Solana hat natürlich gerade ein starkes Narrativ, alles was auf Solana läuft ist gerade hot und so ist der Meme-Coin. Ihr seht, das ist jetzt hier eine Momentaufnahme. An diesem Tag, wo ich das Video mache, hatte zum aktuellen Moment die schlappen 86,9% zugelegt. Das ist natürlich gigantisch und der Chart sieht auch entsprechend aus. Das ist in Summe 950% plus zum Moment, wo ich das Video mache. Das ist natürlich eine feine Sache, aber da muss man ganz ehrlich sagen, ja, vielleicht geht der auch noch weiter. Ich würde den jetzt aktuell nicht mehr anfassen. Wie gesagt, keine Finanzberatung, müsst ihr immer selber für euch wissen, aber wir gehen mal zurück und hier nochmal die Market Cap. Ihr seht, voll verwässert, zweieinhalb Milliarden, Dogecoin ist etwa bei zwölf. Also ich glaube nicht, dass der Dogecoin direkt einholt, aber selbst wenn er sich nochmal verdoppelt, ja, da ist 100% drin, aber dann ist er bei vier Milliarden. Der ist jetzt schon auf Platz 46 aller Kryptocoins. Also schwierig, irgendwo ist ein Ende der Fahnenstange erstmal erreicht. Es kann natürlich später im Bullenmarkt nochmal eine Phase geben, wenn wir diesen Chart nochmal angucken, wo der runterstürzt und dann eine Weile da niederliegt, werden wir gleich bei einem anderen sehen und dann aber wiederkommt. Ja, das ist durchaus möglich. Aber Achtung, wenn solche Dinge so extrem heiß gelaufen sind, da muss man ein bisschen Vorsicht sein. Ganz am Ende des Videos, deshalb unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, sage ich euch auch nochmal meine Regeln, wie ich selbst mich damit diszipliniere, um mit Memes umgehen zu können. Ja, übrigens, wenn euch das bisher gefällt, dann lasst mal ein Like da und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal. Und jetzt gucken wir mal weiter, weil es gibt ja noch mehr Meme-Coins. Den hier kennt ihr vielleicht. Das ist der Freund Pepe, der hässliche Frosch. Der hat seine Geschichte noch nicht ganz hinter sich, aber er ist aktuell nicht so hot, weil er hat 500 Millionen, das ist eine ordentliche Größe für einen Coin, aber der hat seinen großen Moment gehabt. Das seht ihr hier im Chart im Mai, ungefähr Anfang Mai 23. Was ist da passiert? Da waren die Layer 2 gerade ganz groß in der Diskussion. Deshalb, ihr seht auch, Ethereum ist hier unterlegt und kann Pepe auf Ethereum oder auf Arbitrum auch kaufen. Und das ist etwas, was damals auch ganz große Story hatte. Arbitrum, das ganze Eicosystem ist massiv gewachsen, Arbitrum, Optimism, die großen Layer 2 von Ethereum waren in aller Munde. Die haben aktuell gerade kein Momentum und das sieht man eben hier auch in dem Chart. Und das heißt nicht, dass Pepe weggehen wird. Pepe ist groß genug, der ist auf Platz 105 ungefähr der Market Caps. Und das kann man generell sagen, wenn Memes erstmal so eine Größe, so eine Schwungmasse erreicht haben, so über 100 bis besser 300 Millionen Market Cap, dann bleiben die in der Regel. Weil wenn ihr euch mal auf dem Meme-Coin-Segment umguckt, da werdet ihr viele sehen, die sind wieder in sich zusammengefallen. Die haben noch ein paar Millionen, zwei, drei Millionen Market Cap, die waren mal kurz groß. Oftmals sind das so eine Pump-and-Dump-Sachen, da muss man echt aufpassen. Deshalb passt wirklich auf damit und folgt eher den Narrativen. Und da haben wir gerade eins, was auch ein starkes Narrativ gerade hat, nämlich auf Cardano gibt es eine Schlange. Voila, das ist Snack. Snack, die rauchende Schlange auf Cardano, ist ein Meme-Coin, der jetzt schon an die 100 Millionen Market Cap erreicht hat. Das ist ordentlich, weil man überlegt, ob Cardano in Summe gerade mal ungefähr 500 Millionen TVL sind, ist das im Verhältnis ein sehr, sehr großer Coin. Und er hat eine krasse Community in Cardano, deshalb sieht der Chart auch entsprechend aus. Der hat schon mal einen Pump gehabt, dann lag er lange da, wie ihr seht, hier flach und ist jetzt wiedergekommen, weil Cardano, weil das Ecosystem wieder einen Pump hat. Das heißt, Meme-Coins, und es gibt auf fast jedem Ecosystem mehrere oder einen Meme-Coin zumindest, die folgen oft dem Narrativ. Wenn also die Chain gerade nicht hot ist, dann kann da noch so tolle Meme-Coins drauf sein, die interessiert keiner. Daher wirklich, ich würde nicht nach dem Bild gehen, ob das ein hübsches Hündchen ist oder eine süße Katze oder irgendwas, also das ist alles Quatsch. Achtet knallhart drauf, hat das Meme-Coin-Ecosystem auch gerade einen Hype. Das seht ihr gerade bei Solana, jetzt bei Cardano. Und wir gucken uns gleich noch zwei andere an, wo das vielleicht auch passieren kann. Das hier ist Kok Inu, ist ganz neu. Achtung, auch nochmal ganz klarer Hinweis, bitte bloß nicht deshalb kaufen, weil ich den hier erwähne. Der kann totaler Schrott sein. Ich weiß nichts darüber, außer dass es ein Meme-Coin ist und der ist auf Avalanche. Und deshalb habe ich ihn hier mit drin, weil AVAX auch gerade ein großes Momentum hat als Ecosystem. Aber der ist noch sehr, sehr viel kleiner. Ihr seht TVL 23 Millionen und auch wenn ich hier nochmal rausgehe und den Chart zeige, da ist noch nichts passiert. Der ist noch ganz jung. Natürlich könnte der nach oben ausbrechen. Natürlich könnte der auch der nächste Bonk oder der nächste Snack oder so werden. Aber es gibt gar keine Gewähr. Das ist die Sache, dass Meme-Coins an der Stelle eben auch nicht zuverlässig sind. Daher würde ich auch sowas im Zweifel nie dann kaufen, wenn sie ganz, ganz unten liegen. Das ist natürlich, klingt immer super. Ha, ich habe damals, als er noch ganz unbekannt war, habe ich da ein Tausender reingesteckt und dann ist daraus, ja, mein Vermögen geworden. Super. Herzlichen Glückwunsch, wenn es dir gelungen ist. Aber die allerwenigsten machen diese Treffer. Deshalb wartet ab, bis die Coins Momentum kriegen. Das wäre mein Rat. Ein Punkt, wo ich sagen muss, das hat ein gewisses Momentum und das könnte spannend werden in die Zukunft. Da ist einer, der sich so anschickt in diesem Bereich, sagt er so 100 bis 300 Millionen. Dann bleiben die meistens irgendwo bestehen und brechen nicht wieder komplett in sich zusammen. Das ist dieser Meme-Coin hier. Toshi, Mensch, wo kommt denn dieser Name bloß her? Wer eine Idee hat, schreibe es mal in die Kommentare. Kleiner Schatz am Rande. Ihr seht, der hat auch ziemlich zugelegt. Hat 77 Millionen jetzt und ist nicht schlecht gelaufen, weil der ist auf einer Chain, die keinen eigenen Token hat. Aber das ist, Zeichen kennt ihr vielleicht, Base. Und Base ist ja der Layer 2 von Coinbase. Und Coinbase hat noch einiges vor und wird in diesem Bullenmarkt eine extrem wichtige Rolle spielen. Nicht nur, weil es unter anderem fast alle Bitcoin-ETFs abwickeln wird als entsprechende Kryptobörse. Sondern man kann davon ausgehen, dass Coinbase das, was früher immer Binance war, sein wird in der Zukunft. Das zeigt sich so. Und alles, was damit verbunden ist, dementsprechend auch Base, dürfte eine gute Zukunft haben. So vielleicht auch Toshi, aktuell auch ziemlich heiß. Aber Achtung, immer noch recht klein. 77 Millionen, sieht gut aus. Kann aber natürlich auch wieder in sich zusammenfallen. Denn auch hier der Chart, es sagt uns, was wir wissen müssen. Nämlich, dass er aktuell sehr, sehr hoch gegangen ist. Über 1000% schon gepumpt hat. Und daher würde ich aktuell persönlich da nicht mehr rein FOMO'n. Aber, wenn ihr euch für Memes interessiert und die bieten nun mal aktuell echt gute Chancen. Und irgendwann in der Zukunft werden sie wieder gute Chancen bieten. Dann setzt euch den nochmal auf die Watchlist. Und damit ihr vielleicht für die nächsten Meme-Moves euch selbst disziplinieren könnt, da eben nicht reinzufallen in diese FOMO und am Ende zu kaufen und auf dem Friedhof der Kryptoleichen zu landen, sondern am Ende einer der Survivor zu sein, dafür noch meine Regeln, wie ich damit umgehe. Hier sind meine Meme-Rules, wie ich sie nenne. Das heißt, ganz wichtig, nur ganz, ganz kleine Beträge riskieren. Das ist so ein bisschen wie ins Casino gehen, wenn du sagst, ich will mal im Roulette auf eine einzelne Zahl wetten. Die Wahrscheinlichkeit, dass was kommt, ist gering. Also wirst du deinen großen Einsatz da eher nicht drauf packen. Sehe ich genauso bei Meme-Coins, wirklich nur Spielgeld benutzen. Aber es macht natürlich unter Umständen Spaß. Das zweite ist, ganz wichtig, seht das eher als Swing-Trade. Meme-Coins sind eher keine guten Investments. Natürlich kann die eine zweite Luft kriegen. Ja, natürlich kann da einiges kommen, aber es gibt absolut keine Gewähr, weil diese Coins haben null Funktionalität. Und selbst wenn man versucht, ihnen Funktionen zu geben, wie jetzt das Shibarium bei Shiba Inu, wo eine gewisse Developer-Community versucht, dem Ganzen so eine Art Layer-1-Charakter zu geben, bisher hat es kein Momentum. Es hat keine Traktion. Also Meme-Coins können Meme-Coins bleiben und das heißt ohne Funktion, sondern allein dem Spaß und dem Hype gewidmet. Und das heißt auch Punkt 3, für mich ist es so, ich folge eher dem Momentum, achtet drauf, wenn ein Trend da ist, dann macht es Sinn. Zum Beispiel Bonk war jetzt ein gutes Ding mit dem Hinweis, es kommt auf Coinbase, das war relativ sicher, dass der pumpen wird. Und vielleicht pumpt er jetzt noch ein bisschen weiter, weil eben andere Kryptobörsen nachziehen, aber das wird auch wieder abbrechen. Und deshalb ist es wichtig, macht auch bei Meme-Coins nicht den Fehler und geht in so Initial-Coin-Offerings rein. Also kauft den Meme-Coin irgendwie für einen kleinen Betrag und hofft dann, dass der extrem pumpt. Kann natürlich passieren, aber oft sind es abzocken und ihr könnt mal sehen, hier übrigens verlinkt, wir haben mal ein Video gemacht zu Wallstreet-Memes, bevor da Veröffentlichung stand. Da habe ich prognostiziert, wie sich der Kurs entwickeln wird und das ist ziemlich genauso gekommen. Es ist also schwierig, daher lieber den Trend folgen, wenn Narrativ da ist, wie auf Solana jetzt oder wie auf Cardano, dann kann das Sinn machen und spannend sein. Und wenn ihr dann im Trade seid, dann mein letzter Punkt ist, nehmt euer Geld raus, euren Einsatz raus, wenn sich der Coin verdoppelt oder vervielfacht hat, dann könnt ihr einen kleinen Betrag einfach laufen lassen und euch freuen, wenn das Ding dann to the moon geht. Aber es ist nie sicher, ob es passiert, deshalb einfach meine Tipps an dieser Stelle. Ihr müsst wissen, ob ihr die befolgen wollt, ob das für euch sinnvoll ist. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Memes tradet, welche Memes ihr verfolgt, welche ihr spannend findet oder ob ihr Memes für Schrott haltet. Wie auch immer, das aus dem Hause Hallo Krypto für heute, ich wünsche euch alles Gute und wie immer, bleibt der Blockchain treu und tradet immer safe.